Es überwiegen immer die schlechten Zeiten. Stürze, Krankheiten, taktische Fehler. Es fahren 200 Mann Rennen und es kann nur einer gewinnen. Das heißt, 199 sind normal nach dem Zieleinlauf enttäuscht und dass man die Momente hat, wo wirklich Erfolg da ist, die überwiegen nicht. Da muss man sich im Klaren sein. Aber desto schöner sind die Momente dann, wenn sie reintreffen. After 5 top 10 finishes in the first 2 months of racing, the team is hungry for more. As they arrive at the Italian 5 day stage race, Setimana, Campi e Bartoli, little do they know how they will come to dominate the competition. After a second place finish by Cesare Benedetti at the opening stage and winning the stage 2 team time trial, the leader's jersey is firmly on Cesare's shoulder. The team succeeds to defend their lead on stage 3 by riding aggressively from the front all day. But just before the start of stage 4, the pressure of the jersey is starting to weigh on the riders. Wir schauen mal, wir geben unser Bestes. Oder ihr gebt euer Bestes. Ich hab ja nicht viel Einfluss. Da hinten. Wir haben das schon gestern gegeben. Das ist nichts mehr üblich. Aber wenn du ein Tag das Bestes geben kannst, kannst du den zweiten Tag auch noch das Bestes geben, Jan. Und morgen sind noch 15 Kilometer. 14. Das ist nichts für dich. Du bist noch lange nicht am Ende. Du bist noch lange nicht am Ende. Du hast ja 5 Liter Motor. 30, 40, 50 Kilometer läuft der Diesel. Okay, fahren wir los. Mit 9 Tour de France und 5 Giro d'Italia finishes, Sportsdirektor Jens Heppner is as experienced as they come. But even he still shows signs of tension, as stage 4 kicks off. Gestern wollten wir es verteidigen. Gestern war es machbar. Heute müssen wir ganz, ganz viel Glück haben. Aber heute ist es keine Bergetappe und ich denke. Ich denke und glaube, dass heute die ganzen Bergfahrer, die uns im Natten sitzen, natürlich versuchen uns das gelbe Tricot abzunehmen. Aber Rennen ist Rennen, man weiß nicht. Aber die von Lampre wollten unbedingt shoppen. Also die machen mit uns mit. Die Kruppe war nicht schlecht. Die 13-Mann-Kruppe jetzt. Ja, das war wie bei dir so mit mir. Das wäre perfekt gewesen. Ja, man kann es ja auch nicht hin. Nee, aber so ist gut. Das Beste, was uns passiert... Jetzt lassen wir ein bisschen aufgehen. Ja, ganz langsam. Dann machen wir schon langsam an. Sportliche Stadt. Du spürst deine Beine nicht, oder? Nee, gar nicht. Kilometer 18, the gap of the bunch, 1 minute and 36 seconds. As the gap begins to grow, Team Captain Bartosz Huzarski drops back to tell Jens the race strategy he has negotiated with the other leading riders. Ich habe auch mit Garceli gesprochen, und er sagt, dass es wirklich schwer ist, die Finale ist. Ja. Und ich sage, okay, wir sind zu schwer und nicht stark genug in den Mountains. Also, wir wollen nur aufgehen, weil wir ein kleiner Gerse ist. Das ist unsere Aufgabe. Also, ich sage den Leuten, go easy, mach 5 Minuten, und dann sehen wir. Ja. Ja, das war. Ja. Ja, das war. Ja. Wenn jemand die Frage, wir machen unser Job, wir haben die Gerse, wir gewinnen, wir haben die Station, dann können wir langsam. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ein besonderer Mann, wie Bartosz, ist ein Invaluable Asset für die Team. Just als Negotiated, die Team nimmt den Lied auf der Front zu kontrollieren, und die Gap zu den Breakaway. An wichtigem Job der Sportdirektor ist, zu monitorieren die Effizien des Riders, und ihnen zu konservieren Energie für den nächsten Tag. NetApp-Sprinter Daniel Schorn hat seinen Job gemacht, und er trägt die zweite Gruppe. Schorni, mach ruhig. Alles gut. Ist da genügend hinter mir? Ja, da kommt noch eine Gruppe mit Dietzi, da ist nichts passiert, und mit Leo. Die sind aber bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten zurück, aber auf die kannst du ruhig warten, da musst du jetzt keinen mehr rausleiern hier. War gut. War gut. Bis richtig steil wurde. Na ja. War super. Brauchst du noch was? Nee, ich hab Cola und Essen und alles da. Gut. Ist ja wie im Luxushotel, Mensch. As the peloton approaches the final climb, Jens manoeuvres his riders into position. He calls his top guns, including Jan Bartosz, to the front, and urges the others to ease up and conserve energy. Jan! Da vorne in den Bergreihe, nicht hier hinten. Ich denke, das ist steil jetzt. Was? 19 riders crest the final climb and race the last five kilometers to the finish. But did Jan and Bartosz make the top group? 36 riders leading the race. 13 riders closer. Da was Bartosz. Da was diesen zusammen. Not only are Bartosz and Jan in the front group, they now have a real chance to take the overall lead. Acht Sekunden. Ey, pass mal auf. Bartosz übernimmt's Gelbe. In a sprint to the line, Bartosz edges into third place behind the Italians De Luca and Ulyssi and takes the leaders jersey. Jan is fourth overall, only 13 seconds behind Bartosz. Du kannst gewinnen morgen. Nein, das war so. Ich weiß, dass das schwer war. Ich war letztes Mal. Ist da geblieben. Da der Bus. Ja, ich habe geschmissen. Junge, kannst du das Ding abschießen? Ja? Ich bin sicher richtig. Ja, alle, alle. Junge, das sind Bergfahrer. Stark. Ganz stark. Bartosz enjoys his victory champagne and well-deserved leaders jersey. But the race is far from over. Defending the top spot against a hard-charging group of Italian riders in tomorrow's time trial will not be easy. A time trial stage means one thing. Hurry up. And wait. The start in reverse order means Jan and Bartosz will be among the last four riders on the course. Team sprinter Daniel Schorn is one of the first to ride the 14-kilometer circuit. Although Jan already scouted the course, he is anxious to find out race pace details from his teammates returning from the loop. Ist der gegenwind? Ja, gleich am Anfang ist bisschen gegenwind. Und nachher, das ist auch noch schwer. Und dann zurück geht es gut. After some final tactical advice from sports director Jens Heppner and last-minute aerodynamic fine-tuning. It's time for Jan and Bartosz to race against the clock and for overall victory. Da kann man nicht noch Gefühl geben. Entweder die haben gute Beine und die Tagesform entscheidet für uns oder wenn's nicht klappt, kann man nichts machen. Sie bereiten sich wirklich 100% vor und können nur hoffen. Race leader Bartosz is the last to take on the 14-kilometer loop. Fourth place Jan Bartosz started six minutes ahead of Bartosz and has just posted the best split time of the day. Jens relays the information to Jans following vehicle and teammate Matthias Brändle. Jens ist 13 Sekunden schneller gewesen in der Zwischenzeit als Ulesi. Versuch den das mal zu sagen. Er hat bestzeit. Er soll richtig Gas geben. Er soll richtig Gas geben. Ja, er hat bestzeit. Er muss jetzt richtig Gas geben. Schrei, schreit. Er muss das wissen. Er hat alles gemacht. Er hat alles gemacht. Er hat alles gemacht. Er hat alles gemacht. Komm Bartosz, hopp, 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 hopp. Come on, come on, come on. Allee, 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 allee. Jens senses his top guns are in top shape and can time trial their way to the top of the podium. Ja, das ist super. Feuert den an, hub und mach und tu alles. Jan sieht super aus, der fährt super rücklos. Der gewinnt das Ding. Super, hopp, hopp, hopp! Allee, 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 allee. Matthias, wie siehts aus? Psst, pst, pst. Woi, woi, woi! Psst! Best time? Super, super, come on, come on. Der allerbeste ... Ja, geil, geil, geil. Jetzt zerlegen die grad richtig hier. Wenn ich das richtig verstanden hab, wärm ja erster Zweiter, wirst du? Der fährt eine Murmel, er fährt hier 53, 54. Mit den 2. und 3. Platz-Riders, die gut hinter Jan enden, geht es um Bartosz, um es eine dominierende Team NetApp 1-2-Podium-Finish zu machen. Komm, hopp, hopp, hopp! 16,48, 16,50. Allee, allee, allee! Erster, zweiter. Jawohl! Wie geil! Ja! 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 Ja, 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 ja! Ja! Super! Vor allem der Kampione! Ich habe gesagt, du bist der Favorit! Erster und zweiter Gesamt! Das ist mir nichts wahr, jetzt muss ich eine Banane essen! Jens will soon have more substantial things to eat than bananas. Bartosz and Jan's prize winnings will include over 50 pounds of local ham, two large gift baskets filled with cheese, fine Italian salami, and several bottles of wine. But first, it's the obligatory champagne fireworks. Jens savers the sweet taste of victory, but also still knows it's a long way to go to the Giro. The team faces a demanding month of April. racing six classics in 11 days, including the Tour of Flanders and Paris-Roubaix. A lot can happen on the infamous pave and cobbled roads of northern France and Belgium. Was für uns sehr, sehr wichtig ist, dass kein Rennfahrer krank wird, denn wir haben einen sehr, sehr schmalen Kader, also wir dürfen uns nicht viele Ausfälle leisten, aber wenn da ein bisschen das Glück auf unserer Seite steht, das heißt, dass wir in Bestbesetzung mit gesunden Rennfahrern den Giro beginnen, dann bin ich total optimistisch, dass wir uns dort auch zeigen werden und gut verkaufen. Wir sind ein guter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020